Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bei mir auf dem Kanal sind immer die neuesten Vergleiche. Scheppach ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Kettensägen, der sich durch innovative Technologie, langlebige Produkte und erstklassige Leistungen einen Namen gemacht hat. In diesem Video werde ich euch die 7 besten Scheppach Kettensägen vorstellen, die sich durch ihre Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit auszeichnen. Alle vorgestellten Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Lasst uns nun mit dem Video beginnen. Also lehn dich zurück und viel Spaß mit dem heutigen Video. Die Scheppach CSH 46 ist eine leistungsstarke Benzinkettensäge, die sich ideal für den Einsatz im Garten, auf dem Bauernhof oder im Wald eignet. Mit einer beeindruckenden Leistung von 2,4 PS und einem Gewicht von nur 3,7 kg ist diese Kettensäge leicht und dennoch kraftvoll, was sie zu einem äußerst handlichen Werkzeug macht. Die Schnittlänge von 34 cm ermöglicht es der Kettensäge mühelos durch Holz zu schneiden, sei es für das Zerkleinern von Brennholz oder für das Sägen von Baumstämmen. Dank ihres leistungsstarken Motors und ihrer hochwertigen Kette ist diese Kettensäge in der Lage, auch anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen. Sie ist robust und zuverlässig konstruiert, um den Anforderungen von professionellen Anwendern gerecht zu werden. Gleichzeitig ist sie jedoch auch benutzerfreundlich genug für den Heimwerker. Mit ihrer starken Leistung und ihrer handlichen Bauweise ist das Modell die perfekte Wahl für alle, die eine zuverlässige und leistungsfähige Kettensäge suchen. Mit dieser Kettensäge lassen sich Holzarbeiten im Vergleich zu manuellen Werkzeugen wie Äxten oder Handsägen wesentlich schneller und effizienter erledigen. Der Shepard CSP50 ist eine leistungsstarke Benzinkettensäge, die sich ideal für den Heimgebrauch und leichte bis mittelschwere Aufgaben eignet. Mit einer Leistung von 3,1 PS bietet sie ausreichend Kraft um verschiedene Holzarbeiten wie das Schneiden von Brennholz, das Zurückschneiden von Bäumen und das Schneiden von Ästen zu bewältigen. Trotz ihrer Leistung ist die Kettensäge mit einem Gewicht von nur 7,4 kg vergleichsweise leicht und gut handhabbar. Die Schnittlänge von 51 cm ermöglicht es, auch dickere Baumstämme effizient zu bearbeiten. Diese moderne Kettensäge verfügt über fortschrittliche Technologien wie vibrationsarme Systeme, automatische Schmierung und Sicherheitsfunktionen, die ihre Handhabung und Sicherheit verbessern. Insgesamt ist das Modell eine zuverlässige und leistungsfähige Kettensäge, die sich durch ihre benzinbetriebene Kraft, Leichtigkeit und Schnittleistung auszeichnet. Die Shepard CSH56 ProCut ist eine robuste und leistungsstarke Benzinkettensäge, die speziell für anspruchsvolle Aufgaben konzipiert wurde. Mit einer beeindruckenden Leistung von 3 PS ist sie in der Lage, auch schwierige Schneidarbeiten zu bewältigen. Ihr Gewicht von 8,5 kg macht sie handlich und gut ausbalanciert, was eine komfortable Handhabung ermöglicht. Zudem zeichnet sie sich durch ihre Zuverlässigkeit, Robustheit und Leistungsfähigkeit aus und eignet sich daher ideal für professionelle Anwender, Landwirte und anspruchsvolle Heimanwender, die eine leistungsstarke Kettensäge für vielfältige Holzarbeiten benötigen. Insgesamt handelt es sich um eine sehr gute Wahl. Die Shepard CSP5300 ist eine leistungsstarke Benzinkettensäge, die für den professionellen Einsatz sowie anspruchsvolle Aufgaben im heimischen Bereich konzipiert ist. Mit einer Leistung von 2,7 PS bietet sie ausreichend Kraft, um eine Vielzahl von Holzarbeiten zu bewältigen. Mit einem Gewicht von 8,5 kg ist die Kettensäge zwar robust, aber dennoch handlich und gut ausbalanciert, was eine komfortable Handhabung ermöglicht. Die Kettensäge verfügt über eine großzügige Schnittlänge von 53 cm, was es dem Benutzer erlaubt, mühelos durch dicke Baumstämme und Holzstücke zu schneiden, wodurch sie sich ideal für das Fällen von Bäumen und das Zurechtschneiden von Brennholz eignet. Das Modell zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit, Robustheit und Leistungsfähigkeit aus und eignet sich daher sowohl für professionelle Anwender als auch für anspruchsvolle Heimanwender, die eine zuverlässige und leistungsstarke Kettensäge benötigen. Dabei bietet sie die Flexibilität und Bewegungsfreiheit, die mit einem benzinbetriebenen Gerät einhergeht. Auch das nächste Modell ist eine leistungsstarke Elektro-Kettensäge, die sich ideal für den Einsatz rund um das Haus, den Garten oder leichte bis mittelschwere Holzarbeiten eignet. Mit einer Leistung von 2700 Watt bietet sie ausreichend Kraft, um verschiedene Aufgaben effizient zu bewältigen, während sie gleichzeitig umweltfreundlich und wartungsärmer als benzinbetriebene Modelle ist. Mit einem Gewicht von nur 6 kg ist die Kettensäge leicht und gut ausbalanciert, was eine bequeme Handhabung und eine reduzierte Ermüdung bei längeren Arbeiten ermöglicht. Die Kettensäge verfügt über eine Schnittlänge von 45 cm, was es dem Benutzer erlaubt, mühelos durch Holzstücke und Baumstämme zu schneiden, wodurch sie sich ideal für das Schneiden von Brennholz, das Zurechtschneiden von Ästen und anderen ähnlichen Aufgaben eignet. Das Gerät ist zudem einfach zu bedienen und erfordert im Vergleich zu benzinbetriebenen Kettensägen weniger Wartung. Sie bietet eine zuverlässige Leistung und eignet sich daher gut für Heimwerker, Hobbygärtner und alle, die eine leistungsstarke Elektro-Kettensäge für den gelegentlichen oder regelmäßigen Gebrauch benötigen. Die Schepach CSE 2600 ist eine leistungsstarke Elektro-Kettensäge, die sich ideal für den Einsatz im heimischen Bereich, im Garten oder für leichte bis mittelschwere Holzarbeiten eignet. Mit einer Leistung von 2400 Watt bietet sie ausreichend Kraft, um eine Vielzahl von Aufgaben effizient zu bewältigen, während sie gleichzeitig umweltfreundlich und wartungsärmer als benzinbetriebene Modelle ist. Mit einem Gewicht von nur 6 kg ist sie leicht und gut ausbalanciert, was eine komfortable Handhabung und eine reduzierte Ermüdung bei längeren Arbeiten ermöglicht. Die Kettensäge verfügt über eine Schnittlänge von 45 cm, was es dem Benutzer erlaubt, mühelos durch Holzstücke und Baumstämme zu schneiden, wodurch sie sich ideal für das Schneiden von Brennholz, das Zurechtschneiden von Ästen und ähnliche Aufgaben eignet. Sie ist einfach zu bedienen und erfordert im Vergleich zu benzinbetriebenen Kettensägen weniger Wartung. Sie bietet eine zuverlässige Leistung und eignet sich daher gut für Heimwerker, Hobbygärtner und alle, die eine leistungsstarke Elektro-Kettensäge für den gelegentlichen oder regelmäßigen Gebrauch benötigen. Mit ihrer ausgewogenen Leistung und ihrem handlichen Design ist die Kettensäge eine zuverlässige Wahl für Holzarbeiten rund um Haus und Garten. Die Scheppach CSP 2540 ist eine handliche und vielseitige Benzinkettensäge, die speziell für leichte bis mittlere Holzarbeiten und den gelegentlichen Gebrauch konzipiert ist. Mit einer Leistung von 0,95 PS bietet sie ausreichend Kraft, um kleinere Aufgaben effizient zu bewältigen, was sie ideal für den Einsatz im Garten, auf dem Grundstück oder für leichte Baumschnittarbeiten macht. Die Kettensäge verfügt über eine Schnittlänge von 25 cm, was sie besonders gut für Arbeiten wie das Zurechtschneiden von Ästen, das Schneiden von Brennholz und andere ähnliche Aufgaben geeignet macht. Sie ist einfach zu bedienen und bietet die Flexibilität und Bewegungsfreiheit, die mit einem benzinbetriebenen Gerät einhergeht. Sie ist eine zuverlässige Wahl für Heimwerker, Hobbygärtner und alle, die eine handliche und leistungsstarke Kettensäge für gelegentliche Holzarbeiten benötigen. Das Modell bietet einige wichtige Funktionen, um die Sicherheit jederzeit zu gewährleisten. Ihre ausgewogene Leistung und ihr handliches Design machen das Gerät zu einem praktischen Werkzeug für verschiedene Anwendungen im Garten und rund um das Haus. Das war's mit dem heutigen Video der 7 besten Kettensägen von Scheppach. Die Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, falls ihr mehr zu einem der Modelle wissen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.